Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Ich und Darrow sind wieder unterwegs. Brotalk und Hanzo. Und wir spielen Verteidigung auf Gewalter. Yeah, meine Hassmap! Yeah! Hanamura ist schlimmer, ich bleib dabei. Okay, okay, okay. Das ist jetzt ne Streitfrage. Und Tracer ist schon mal da und ich hab gleich nen Puck gefressen. Ah, Junkrat. Oh oh. Immerhin Junkrat noch mitgenommen. Okay. Okay. Aua. Aua. Na Genji? Wie läuft's da vorne? Ähm. Ich hab mich... Oh! Ich hab McCree. Er wollte mich stunnen, aber dann habe ich ihm direkt einen reingedrückt. Ich muss da mal weg. Aua. Krieg aufs Maul. Vor allem ist die Fracht jetzt weiter. Aua. Wir sind alle gar nicht gut. Aua. Aua. Ich bin da und Tracer hat mich gesprengt. Ich bin da und Tracer hat mich gesprengt. Nein, ich bin da. 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 Da ist ne Junkrat. Boah, der Genji geht mir am Sack. Ultranäubig das Ding. Na. Da drüben ist eine Zenyatta und eine Junkrat. Boah, die Junkrat habe ich aber sowas von getötet. Nein, 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 nein. Oh. Na, ha, ha, ha. Puff. Ich habe ihm meine Ult ins Gesicht gedrückt. War zweit das Verschwendung, aber für eine Genji-Ult kann man die schon raushauen. Ist mir leid, das war nichts. Wow. Aua. Ah, Reinhardt ultet mich. Habe getötet. Ja, sehr schön. Hier ist noch irgendwie was. Reinhardt schwer verletzt. Sehr gut, der ist tot. Ah, f*** dich. Bin gleich tot. Ja. Mit der Rakete, äh, mit der Granate von oben habe ich zwar nicht gerechnet, aber... Hast du es gesehen? Habt's gesehen. Okay. Das war halt der Reinhardt, aber... Äh, das war ein nice. Stun und dann... Arrow to the face. Der hat nicht mal den Finger mehr in den Abzug gekriegt. Ja. Ultra lustig. Eee, Junkrat ist down. Haha, tschüss Reinhardt. Aua, aua, aua. Oh, oh. Bei nun, Achtung. Ja, ich bin... drinnen. Ja, haha. Woohoohoohoo. Der Grab war ultra geil. Lol, war der McQueen wütig. Aber sowas von allen an. Lol. Der war hammergeil. Tja. Hahaha. Das war Pech wie der Makel. David, ich bin down. Aber der eine Hook, alter, der war ultra geil. Weil... Du weisst, der McQueen läuft unter vorbei. Ich... Ich werfe einen Hook, pull ihn genau rauf zu mir und... Einer ins Gesicht. Ja, toll. Hammer. Kannst du nichts machen, wenn der Tracer dainkommt und wir Ulti auf dir zündet. Ja. Da... Kannst du knicken. Hallo, Tracer. Ich habe sie durch die Wand gesehen. Jupp, ich habe sie gesehen und gedacht, jetzt kommt sie Hook. Ich habe ihren Hook reingedrückt. Bam, down war sie. Achtung, Genji hüpft da oben rum. Ja. Ich habe den... ähm... Krieg gekillt. Komm her. Der ist down. Da hinten ist ein Genji. Oh, nicht auf mich. Oh, tschüss, Reinhard. Oh. Nice. Ich habe ihn runtergeschubst, kann das sein? Warst du das? Ich dachte, er war einfach doof gewesen, aber... Ne, ne, meine Ulti hat ihn, glaube ich, runtergeschubst, so wie ich es gesehen habe. Oh, Tracer, trichst du einfach nicht mit dem Bogen. Oh nein, du bist genau in mich reingelaufen. Ah. Die Drecks-Ult. Ich glaube, das war's. Ja. Oh, Mann. Noch ein Headshot gegeben, aber ich habe nichts gedacht. Ah, bin down. Das war's. Yo, hi nun. Ich habe Gold bei Damage, aber nichts bei Eliminations. Ich habe Bronze bei Eliminations. Wie viel hast du? 14. Ich habe 13, okay. Okay. Ja, ja. Da waren coole Kids dabei. Ja. Ja. Wiss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, da die Ult war halt noch ultra fies. Ja, die Kills mit Streitpfeilen. Weit's. Wenn man sonst nichts trifft. Das reicht. Ja, gut. Das sollte für diese Folge wieder gewesen sein. Schaltet das nächste Mal wieder ein zu Overwatch. Bis dahin. Like, subscribe, abonnieren und kommentieren. Und tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.